Jo Leute, willkommen zum Hashtag-Frag-Video. Dieses Mal die wunderbare Frage, wie feierst du Karneval oder feierst du überhaupt Karneval? Die gleiche Frage auch an den lieben D. Dankeschön. Bitteschön, beantworten wir gerne. Skandal im Schwärbezirb... Ja, Monsieur D., wie feiern sie denn Karneval? Ich verkrieche mich in meinem Keller, mache die Wände entsprechend, dass ich dann nochmal verstärkte Stahlplatten dazu hintendran hänge und packe mir eine Ration Essen für einen Monat ein, damit ich das Ganze nicht mitbekomme. Keine Sorge, selbst ohne Essen würdest du da den Monat schaffen. Gut, wie ich Karneval feiere, ganz einfach. Ich gehe kreppeln mit meiner Freundin essen und das war's. Also, äh, da ist jetzt nicht großartig, dass ich mich verkleide oder irgendwie so ein Schwachsinn. Ähm, das machen genug Idioten. Auch wenn ich gebürtiger in einer Wähler bin. Genau, das hatte ich gerade auch im Kopf gehabt. Eigentlich hätte ich jetzt vermutet, dass du mehr entsprechend damit machst. Nein. Nein, definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Ich war nie so der Fan der fünften Jahreszeit. Mir ist der Herbst definitiv lieber. In diesem Sinne... Ist ja nicht bei mir. In diesem Sinne, äh... Leute, fragen wie immer unter der Hashtag frag den Evo oder frag klein d, ähm, einsenden und dann finden wir die bestimmt. Und wenn nicht, versucht's mal unter Hashtag frag klein Evo oder frag den d, dann wird's auf jeden Fall klappen. In diesem Sinne, haut's da rein. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Genau. Ciao. Ciao.